Herzlich Willkommen bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Mein Name ist Josef Oberganschnig. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von ECOBONO habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktientern röschen Schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audiocd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. In dieser Folge möchte ich mich noch einmal mit den Prognosen und den aktuellen Trendthemen des Jahres 2024 auseinandersetzen. Wir haben ja bereits einige Wochen des Jahres verlebt und ich finde es immer extrem spannend, mir auch darüber Gedanken zu machen, was sind denn überhaupt die aktuellen Brennpunktthemen beziehungsweise wo könnte die Reise am Ende des Tages hingehen. Bei der heutigen Grafik geht es eben um eine Zusammenfassung von Prognosen, was sind einfach die großen Trendthemen von Experten. Dabei werden über 700 Artikel und Reports mit einbezogen und dann eben zu einem großen Ganzen zusammengefasst. Ich möchte hier einfach ein paar herauspicken, die aus meiner Sicht besonders interessant sind. Beginnen einmal mit einer Prognose, die bereits im Jänner abzuhaken ist und zwar ist das der S&P 500 und da sind eben viele Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass wir im Jahr 2024 ein neues All-Time-High erleben werden. Dieses All-Time-High haben wir erlebt. Das heißt, nicht nur der S&P 500, sondern auch die Nasdaq 100 und der Dow Jones haben bereits im Jänner ein neues All-Time-High erreicht. Jetzt muss man aber auch sagen, dass gerade in meinem Umfeld ich immer wieder darauf angesprochen werde, ob es denn nicht Parallelen zur Internet-Bubble 2.0 oder um die Jahrtausendwende gibt und wir eine Internet-Bubble 2.0 gegenwärtig erleben. Und das finde ich relativ spannend, wenn man sich einmal anschaut, woher kommt denn überhaupt der Ertrag? Und wenn du dir die Erträge einmal genau anschaust und repräsentativ einmal den S&P 500 hernimmst, dann hat man im S&P 500 im Zeitraum 2020 bis 2023 58% Performance gemacht. Und über 85% davon sind auf die Indikatoren Earnings, also Gewinnentwicklung und dann eben auf Dividendenzahlungen zurückzuführen. Von den 58% entfällt ein riesen, riesen Großteil auf die Gewinne, auf Gewinnsteigerungen und zwar 42% und lediglich 15% sind dann eben auf klassische, teurere Fundamentals zurückzuführen und teurere Bewertungen. Und das ist aus meiner Sicht der ganz, ganz große Unterschied im Vergleich zur Jahrtausendwende. Damals, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, sind mit manch einem Investor die Pferde durchgegangen. Wir haben nur Euphorie gekauft, wir haben nur zukünftige Gewinne gekauft und die fundamentale Bewertung ist dort mehr oder weniger außer Acht gelassen worden. Ob die Barte 2024 auch wirklich weitergeht, kann man natürlich ex ante nicht beantworten. Das kann niemand. Niemand kann einen Blick in die Glaskugel erhaschen, aber es ist trotzdem einmal ein sehr interessantes Phänomen. Ein zweites großes Thema, was wir hier sehen, ist eben, dass die Notenbanken die Zinsen senken werden. Die EZB hat ja bereits in der ersten Sitzung Ende Jänner angekündigt, dass eben das Inflationsthema im Griff ist. Christine Lagarde geht davon aus, dass eben die Inflation auch unter den Zielwert gebracht werden kann. Und dann ist an und für sich durchaus der Zeitpunkt gekommen, die Leitzinsen wieder zu senken, um die Wirtschaft zu unterstützen und nicht ein Abgleiten in einen langwierigen Wirtschaftsabschwung zu befördern. Spannend finde ich auch, es gibt wieder Zinsen. Das heißt, die Ronditen sind sehr, sehr stark gestiegen im Jahr 2024. Auch im Jahr 2023, im vierten Quartal hat man allerdings einen Trendwechsel gesehen. Dort kam es zu einer Rale an den Anleihenmärkten. Und für Marktexperten ist der Zeitpunkt einfach gekommen, beziehungsweise auch die These aufzustellen, Bonds are back, und zwar for real this time, also wirklich dieses Mal. Und an und für sich ist das schon einmal ein ganz cooles Thema, was wir hier auf der Agenda haben. Und es spiegelt sich dann in einen zweiten Punkt wieder, dass eben Diversifikation nach wie vor große Vorteile bringt. Und im Jahr 2022 wurden wir eines Besseren belehrt. Das heißt, es macht nicht immer Sinn, weil damals hast du ja sowohl mit Aktien als auch mit einem grundsoliden Anleiheninvestment über 10, zum Teil 15 oder 20 Prozent je nach Duration an Wert verloren. Spannendes Thema finde ich auch, dass wir ein großes Wahljahr haben. In Österreich wird ja der Nationalrat gewählt. Wir haben eine EU-Wahl, beziehungsweise in den USA auch eine Präsidentschaftswahl. Joe Biden und Donald Trump stehen wahrscheinlich schon im Ring. Und das dürfte ein unangenehmer Kampf werden. Und einige Experten gehen auch davon aus, das ist natürlich ein ganz neues Thema, dass eben ein durch die KI ausgelöster Wahlskandal auf uns warten könnte und wir diesbezüglich einiges erleben werden. Spannend finde ich auch das Thema, dass eben Indien, auch neben China, das bevölkerungsreichste Land der Welt, China, das zweite große Land, wie gesagt, im Bereich Wachstumskaiser ablösen wird. Diese Volkswirtschaft wird China überholen, stärker wachsen und manch einer geht ja auch davon aus, dass Indien auf den Fuß oder in den Fußstapfen Chinas wandelt mit ein paar Jahrzehnten Verzögerung und einfach in den nächsten Jahrzehnten eine sehr prosperierende Wirtschaftsentwicklung erleben wird. Was haben wir noch für Themen auf dieser Landkarte? Wir haben beispielsweise auch noch das Thema drauf, dass Roboterarbeiter den Arbeitsmarkt überschwemmen. Wir haben das Thema, dass die Weltwirtschaft heuer wieder um drei Prozent wachsen wird, das heißt etwas über den Erwartungen liegen wird und dass die KI weiteren Vormarsch nehmen wird. Spannend finde ich auch, dass Apple im heurigen Jahr bereits künstliche Intelligenz in ihren Produkten implementieren wird. Der Russland-Ukraine-Konflikt wird auch heuer, genauso wie der Israel-Amaz-Konflikt, nicht beendet werden, zumindest laut Einschätzung der Experten. Und japanische Aktien und Märkte sind nach wie vor voll im Trend, das heißt hier sind die Experten auch extrem positiv bestimmt. Auf der Social-Media-Market-Front gibt es hier doch deutliche Umschichtungen und ich habe meine Kinder diesbezüglich immer belächelt, aber an und für sich scheint jetzt TikTok das Medium schlechthin zu sein. Das heißt, genau in diesem Bereich sieht man einfach die größten Wachstumspotenziale, wenn man sich die ganzen Social-Media-Accounts ansieht. Damit wären wir auch schon am Ende dieses Blogs angelangt. Ich hoffe, dir damit einen Überblick über die wesentlichen Trendthemen gegeben zu haben. Abschließen möchte ich hier noch mit einem Bericht vom World Economic Forum. Der bringt ja auch im Jänner immer eine aktuelle Risikolandkarte und wenn ich die klassischen Risikolandkarte des World Economic Forum betrachte, dann haben wir eben bei den fünf Top-Risiken einmal Extremwetterereignisse. Interessanterweise auf Punkt zwei, das ist ein neues Thema, AI-generierte Fehlinformationen. Dann haben wir eben gesellschaftliche und oder politische Polarisierung, Lebenserhaltungskosten und dann eben auch Cyberangriffe. Und das dürften ja einfach die absoluten Trendthemen sein. Spannend finde ich auch, wenn man noch die Einschätzung fragt, werden wir jetzt extrem stürmische Jahre erleben oder eher stabile beziehungsweise ruhige Jahre, dann merkt man hier, dass man kurzfristig davon ausgeht, dass wir doch oder dass doch 16 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass wir eben stabile oder ruhige Jahre leben werden. Drei Prozent gehen von sehr stürmischen Jahren aus, 27 zumindest von turbulenten Jahren. Das heißt, wir haben einen sehr starken Überhang auf der Seite der Turbulenzen. Aber wenn ich mir das auf zehn Jahre Sicht anschaue, dann schaut das Bild komplett anders aus. Hier haben wir ungefähr zwei Drittel der Befragten, die von turbulenten oder sehr stürmischen Jahren ausgehen werden. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Den Blick in die Glaskugel hat natürlich niemand, aber für mich als Investor macht es immer wieder Spaß und es ist interessant, mich mit den Trendthemen auseinanderzusetzen und dementsprechend auch über die aktuellen Themen unserer Zeit zu informieren. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Servus und Baba.